Wenn es dann ans Springen geht, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass so ein Kreider springt, oder? Ich zeige euch gleich ein paar Fotos. Mit dem hänge ich mich hier im Prinzip ein. So, und somit ziehst du den Schirm. Da gibt es richtig Kraft. Und dann fängt er an dich. Genau so sieht er dich da. Kass! 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 Oh, Kass! Oh, Kass! 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 K